Grüß Gott und fühlt euch willkommen. Hallo, schön, dass ihr da seid, denn heute geht's hier weiter in unserer kleinen Stadt, die namenlos ist. Ja, wo sind wir hier? Oh, ihr seht es, wir sind in der Stadt. Ach, ja, geschäftigtes Treiben ist hier, ihr seht es. Und, ja, es läuft alles, alles ist hier ganz gut und wir brauchen 20 Prestige, um eine Kirche freizuschalten. Ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll, aber gut. So, lasst uns doch mal gucken, ob man hier irgendwie, uh, was kriege ich denn hier pro Holzkreuz? Nichts, nichts, nichts. Nichts, ich würde da, Moment, kleiner Turm gibt Prunk, oh Gott, es gibt alles Prunk, 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 Tür, 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 kleiner Turm. Ja, aber ich kann ja jetzt hier nicht noch, also, Steingräber, Holzkreuze bringen, nichts. Nur die erweiterte, das kann auch gar nicht sein. Okay, na gut, kümmern wir uns darum. So, was ist denn unser nächstes Ziel? Ja, also, wir wollen ja auf jeden Fall noch ein Kloster, eine Kirche, 50 Punkt. Naja, mit der Kirche wird es dann, glaube ich, ein bisschen einfacher. Okay. So. Also, die Kirche ist da echt ungünstig, stelle ich gerade fest. Ach, herrje. Ähm. Genau, und das ist unser persönliches Ding. Das, okay. Das ist unser kleines, persönliches Haus, was wir eigentlich auch schon wieder fast abreisen könnten. Okay. So, das läuft hier alles, das läuft hier alles. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was müssen wir denn hier noch so bauen? Ich gucke gerade. Haben wir, haben wir. Läuft die Eisenmine und die Köhlerei schon? Nein. Naja, obwohl doch, die, nee, die Eisenmine läuft noch nicht. Okay. Die Eisenmine ist dann zugewiesen. Haben wir schon? Ach, wir haben noch, aha. Wir haben noch keinen Schmied und kein gar nichts. Aha. Wir haben irgendwas Neues freigeschaltet. Okay, und wir müssen einen Bergfried bauen. Okay. So, dann machen wir das doch jetzt einfach mal. So, wo ist das denn? Holz an der Bergfried. Okay. Hauptgebäude. So, dann bauen wir den Bergfried mal hier hin. Hier ist ja noch Platz. So. Okay, da muss das Tor hin. So, dann mache ich den Bergfried mal hier hin. So, dann gibt es eine Holzplatte. Welche ist denn hier besonders schön? Okay, das ist A. B ist schön. Okay, dann nehmen wir B. So. Tür. Äh. Ja, ich glaube, das ist relativ hoch. Ich glaube, das ist relativ. Ach, nee, die ist blöd. Oh, Moment. Tür A. Wie sieht Tür A aus? Ich glaube, das ist ein Typ B. Typ B. So. Und dann würde ich den erstmal bauen. Dann haben wir das schon mal fertig. So. Okay. Und jetzt bauen wir noch ein... Jetzt muss ich gerade gucken. Eine Köhlerei brauchen wir noch. Die mussten wir ja wieder abreißen. Die stand ja am Weg. Genau. Das habe ich noch so in Erinnerung. Ach ja, das sind Erinnerungen. So, dann kommt da die Köhlerei hin. So. Und dann brauchen wir noch eine Schmiede und eine Eisenschmelze. Die könnten dann ja vielleicht hier hin. Also, ja. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. So, hier kommt dann die... Ich gucke gerade. Ich weiß ja nicht, ob wir noch Platz brauchen, um den Bergfeld auszubauen. In der Regel braucht man immer ein bisschen Platz. Vielleicht sollten wir die Schmiede hier drüben oder so hinbauen. Ach herrje. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ach guck mal, was ist denn das? Ach guck mal, da haben wir schon eine Schmiede. Okay. Ich glaube, das Einzige, was wir noch nicht haben, ist eine Eisenschmelze. Ach, das ist das Problem. Okay. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwie... Dort... Ja, nee. Vielleicht, dann machen wir die hier hin. So. Dann haben wir das auch. So, Moment. So. Das ist doch sehr gut. So, dann haben wir den Hauptteil erledigt. Ja. So. Jetzt muss eigentlich nur noch gebaut werden. Ich habe mir schon überlegt, hier könnten wir ja so eine Kirche da hinbauen oder so. Da hätte ich voll Lust drauf. Und hier drüben vielleicht ein Kloster oder so. Das ist dann ein bisschen abgeschieden. Also, ich weiß natürlich nicht, wie groß die sind, wenn die so klein sind wie so eine Kirche. Dann können wir fünf Klöster bauen und fünf... Ja. Gucken wir mal. Warten wir mal ab. Warten wir mal ab. So, jetzt müssen wir eigentlich nur die Zeit beschleunigen und abfahrten. Ach, wir haben nämlich auch keine Werkzeuge mehr. Ich glaube, das ist auch das Problem, dass wir keine Werkzeuge mehr haben. So. Kaufen wir denn mittlerweile Werkzeuge? Langelswaren. Ja, tun wir. Gebäude fertiggestellt, Bäckerei. Okay, die Bäckerei ist fertiggestellt. Leiden wir denn an Essen? Naja. Lord, wir müssen wählen, wem wir helfen. Ähm, momentan gar keine. So. Dann wären wir mal hier. Guck mal, so viele Menschen, die wir hier... Okay, also Wasser gibt es schon mal. Die Frage, gibt es auch Mehl? Ich glaube, das ist eher das Problem, dass es kein... Doch, Mehl gibt es 43. 43 Mehl. Rennt der Bäcker denn jetzt jedes Mal hier quer durch die Stadt und holt Mehl? Kann ich mir halt noch nicht so ganz vorstellen. Naja. So, da wird Holz gefällt für das Haus. Das ist gut. Okay, die Köhlerei wird gerade gebaut. Da fehlen noch die Werkzeuge. Oh Gott. So. Ach, guck mal, der Bergfried wird auch gebaut. So, dann ist das schon mal fertig. Oh, ach ja. Dann kann man hier so eine Stadtmauer errichten. Alles außerhalb. Nein. Okay. Ach, da wird noch eine zweite Farm gebaut. Genau. Ihr seht schon, ich vergesse hier die Hälfte. Das ist immer so, wenn man dann so... Oh, ich war jetzt eine Weile im Urlaub. Ach ja. Schön. Ja, nebenbei, ab morgen, ja, ab morgen geht es wieder mit den Streams los. Also schaut da auf jeden Fall gerne wieder rein. Und dann schauen wir mal, was wir da so zocken werden. Ich weiß es noch gar nicht. Es ist Freitag, Freitag. Ist alles offen. Ja, schauen wir mal. Okay. Die Fische kommen auch. So, Bergfried. Ach so, da fehlen immer noch zwei. Für was? Ach so, für die Treppe. Einsturzgefährdete Treppe. Oh je, das ist nicht gut. So. Diese blöde Köhlerei. Da fehlt auch wieder Werkzeug. Das kann auch nicht sein. Allen fehlt hier Werkzeug. So. Ich glaube, wir brauchen auch noch einen Holzfäller, der hier mal alles weghackt. Das ist nämlich echt anstrengend. So. Ähm. Ja. Hier werden wir die Kirche hin machen. Das finde ich eine gute Idee. Hier so. Sogar genau das Stück, was frei ist. Das finde ich voll super. Und dann gucken wir mal. Dann müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht hier nochmal ein Stück wegreißen. Das alles. Und dann. Ja. Das ist ein Problem, wenn es dann so weit ist. Dafür müssten wir aber erstmal genug Prunk haben. Ich bin halt am überlegen, ob ich irgendeine Kirche hier nochmal abreiße und dann quasi nochmal neu errichte. Weil irgendwie. Ja. Sonst müssen wir einfach nochmal eine dritte Kirche bauen. Ich glaube, wir bauen gleich sonst einfach nochmal eine dritte Kirche. Springbrunnen ist fertig. Ach, der da hinten. Oh, das ist schön. Das freut mich. So. Und die Leute rennen hier lang. Das ist auch gut. So. Okay. Was ist denn hier so los? Da läuft alles. Also unser Dorf sieht allgemein noch ein bisschen hilfsbedürftig aus. Okay. Irgendwas stimmt nicht. Arbeitsplätze ist vollgestopft. Okay. Auch immer noch zwei. Oh, das kann auch nicht sein. Och, komm. Dafür hin zehn. Dafür hin zehn Steine. John bringt zehn Steine. Okay. Sehr gut. Reche die Schafe. Fünf. Garten. Okay. Komm schon. Nicht missbrauchen. Nicht zu viele Schafe. So. Ich hoffe, es läuft hin mit dem Essen. Aber irgendwie läuft es sogar gerade. Ich war ganz überrascht. Ich hatte es nämlich mal einmal privat angeschmissen, das Spiel. Und da war das plötzlich so, äh, wir haben kein Brot, wir haben kein Fleisch, wir haben kein gar nichts. Und ich so, ah, Hilfe, Hilfe. Oh, Hölzerner Bergfried ist schon mal fertig. So, das gibt zehn. Ich sollte drüber nachdenken. Holzwand und Steinmauer. So. Fünf zum brauchen wir. Hier brauchen wir 20. Warum brauchen wir hier 20? Das ist voll unfair. Ach. Jagd, Tüternberg. Oh. Okay. 15. Wow. Wir haben jetzt vier. Wow. Okay. Hm. Schauen wir doch mal. Ach so. Das ist hier. Wird. Wird als Eingang verwendet. Okay. Ähm. Ja. Wo ist denn unser Eingangstor? Also ich kann hier gar nichts bauen. Naja. Gut, dann machen wir das Eingangstor vielleicht dort. Hier. So. Und jetzt kommt hier die Wand. Wo ist denn die Holzwand? Straßenschild. Jetzt an der Bergfried. Seht ihr die Wand irgendwo? Die Holzwand? Holz-Tor? Forst-Tor? Nein, nein. Ich sehe die Wand nicht. Ich glaube, ich bin blind. Guck mal nochmal hier. Straßenschild zu pressen. Nein. Holzfäder. Nein, 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 nein. Holz-Tor? Nein, 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 nein. Oh Gott. So. Als Eingang verwenden. Okay. Ähm. Wo ist denn die Steinmauer? Ich lese aber allgemein nichts von Mauern. Hm. Wo sind denn bloß die Mauern hin? Jetzt bin ich echt irritiert. Naja, gibt es die vielleicht hier beim Bergfried? Tür, Tür, Tür. Nein. Nee, gibt es nicht. Hm. Das ist auch komisch. Naja, dann vielleicht ein paar Soldaten engagieren. Mail, Mail. Ja, das passt doch. Alles, was wir noch haben für die Verteidigung unseres Dorfs. Auf geht es zum Kampfe. Nein. Nein. So. Oh, wie schön. Die Eisenschmiede ist fertig. So, dann müssen wir da mal jemanden aussuchen. Wir nehmen einfach mal die ersten beiden hier. So, und vielleicht doch ein Soldat, weil die brauchen wir ja nicht so unbedingt so. Jetzt sollte auch Eisen geschmolzen werden, hoffe ich mal wieder geschmiedet. Ihr wisst, was ich meine. Ach nee, es gibt noch keinen Köhler. Och, Mano. Leute, wie soll denn das was werden in unserem Leben? Da müsst ihr schon was machen für, ne? Ja, wie sitzt denn hier aus? Das sieht irgendwie traurig aus mit dem Eingangstor. Also, naja. So. Okay. Es wird gefährlich werden für die Bürgermeisterin. Wenn es irgendwann mal Streit gibt. So. Zwei Köhler sind eingestellt. Dann sollte das jetzt auch laufen. Also, wenn endlich jemand Holz dahin bringt. Dann verbrennen wir das und dann haben wir auch Kohle. Ach. Okay. So, machen wir mal das alles weg. Sehr gut. Die Benachrichtigung haben wir alle gesehen. So. Jetzt brauchen wir mal einen perfekten Ausblick auf unser, ja, Schwersthandwerk, nenne ich es mal. Hm. Irgendwie funktioniert das noch nicht ganz. Naja, gut. So, das auch wieder weg. Na komm, ich will einmal einen Blick haben auf dieses Schwerste des Schweren. Machen die eigentlich was? Die machen noch nichts, weil sie keine Kohle haben. Aber, Kohle wird produziert. Na gut, dann warten wir ab. Ah, jetzt kommt jemand. Okay. Der holt sie ab und die Kohle wird weggebracht. Sehr gut. So. Jetzt müssen wir uns noch um eine Sache kümmern, denn wir wollen ja auch nicht mehr. Dann brauchen wir noch eine Kirche und Kloster und alles freischalten. Deswegen bauen wir jetzt einfach noch eine Dorfkirche, die uns noch neuen Prestige gibt. Na gut. So. Das sollte ja machbar sein. Also, als erstes bauen wir ein Hauptgebäude. Die können wir ja am Ende wieder abreißen. Das ist ja ganz positiv. Genau. So. Hauptgebäude. Dann geht's weiter mit noch einem Hauptgebäude. Können wir das so? Nee, so wollte ich das nicht haben. Vielleicht drehen. Ja, so. Genau. Nein. Nein. Es geht nicht. Ach, Manu. Okay. Erweiterung. Äh. Stein. Ähm. Das passt nicht ganz. Ah. Das ist schon eher das, was wir brauchen. Aber. Das kommt nach hinten. Oder auch nicht. Nach hinten. Nach hinten. Nach hinten. Hallo. Drehen. Ah. Sehr gut. So. Jetzt haben wir schon zwei Prunk. Prunk. Nicht Prestige. Genau. Das war's. So. Und jetzt. Ein Turm. Aber den anderen. So. Und jetzt haben wir schon. Oh. Jetzt haben wir schon mehr Prestige. Seht ihr. Jetzt läuft es. Jetzt läuft das hier aber auch. So. Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch ein bisschen mehr Prestige. So. Jetzt kommt der. Anbau. Und der ist ehrlich gesagt ein bisschen groß. Das sieht komisch aus. Okay. Andere Idee. Nehmen wir den Holz. Anbau. Genau. Nein. Platzieren. Okay. Hm. Nee. Doch. Den anderen. Oder? Hm. Ja. Doch. 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 Lieber den anderen. So. Dann platzieren wir den wieder. Und ziehen ihn mal so hoch. Genau. Also. Es sieht irgendwie nicht aus wie eine Kirche. Das sieht voll traurig aus. Naja. Es ist ja auch eine Dorfkirche. So. Wir helfen keinem. Wir haben kein Essen. Wir brauchen alles für uns. Versteht das? So. Okay. Jetzt noch ein kleiner Anbau. Der da natürlich nicht hingeht. Ach Mensch. Ja. Vielleicht. Dort. Hm. Dort. Und jetzt auf der anderen Seite. Weil. Alles muss hier symmetrisch sein. Oder auch nicht. Doch. Eigentlich schon. So. Okay. Und jetzt noch eine Tür. Und dann sind wir alle glücklich. 0,1 und 0,2 Prestige. Okay. So. Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ich glaube. So können wir das dann auch fast lassen. Oder? Uns fehlt immer noch ein bisschen Prestige. Okay. Dann bauen wir einfach hinten noch einen zweiten Turm dran. Zack. Und dann beginnen wir mit dem Bauch. Weil das sollte dann passen. Genau. Uiuiui. Einiges an Material. Naja. Okay. Dann verabschiede ich mich erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da geht es dann hier weiter. Und wir schalten hoffentlich unsere wundervolle Kirche frei. Bis dahin sage ich. Bis zum nächsten Mal. Servus. 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 Servus.